Als Abu, Joscha und Marie den Dschungel erreichen und unter den riesigen Bäumen herlaufen, könnte man meinen, sie alle drei seien geschrumpft. Leicht kommt man hier aber nicht voran. Abu muss dicke Farnwedel zur Seite bügen und sich Lianen und Blätter aus dem Gesicht wischen, um überhaupt etwas zu sehen. Das klingt, als würden sich Affen durchkitzeln und nach Vögeln mit Schluck auf. Auf einem einzigen Baum im Dschungel leben mehr Tiere als Menschen in einer Stadt. Habe ich mal gelesen. Und warum sehe ich dann keins? Erst nach einer Weile entdecken sie plötzlich die Tieraugen. Und es werden immer mehr. Ah, zwischen den Astlöchern. Und hinter den Blättern. Denn im Dschungel spricht sich schnell herum, wenn etwas Sonderbares passiert. Und zwei Halbaffen auf einem Elefanten sind unglaublich sonderbar. Als Abu auf eine große Lichtung tritt, hat Joscha das Gefühl, alle Tiere dieser Erde würden sich zur gleichen Zeit zwischen den Bäumen hervordrängen. Sie hüpfen, flattern, stapfen oder kriechen. Und es dauert nicht lange, da ist die Lichtung so voll, dass die kleinen Tiere auf die Großen kriechen und krabbeln müssen. Und die Großen sich auf die Zehen und Klauen stellen, um die Fremden auf dem Elefantenrücken besser sehen zu können. Bis... Hey, ihr Halbaffen da oben. Kommt von diesem Elefanten runter und zeigt mir, was ihr könnt. Äh, Abu, was machen wir jetzt? Ich glaube, ihr müsst euch vor dem Gorilla beweisen. Sonst lässt er uns nicht durch. Aber wie denn? Für nichts kann er aus dem Dschungel kein Platz. Also, was habt ihr drauf? Du bist viel stärker als wir. Die Schimpansen können besser klettern. Die Vögel singen schöner. Und... Warte mal! Vielleicht könnten wir eine Geschichte erzählen.